So, hallo, es geht los mit der dritten Welt. Ganz am Anfang. Ich nehme natürlich Thor, denn der ist einfach der Beste. Wahrscheinlich nie wieder jemand anderen. Ja, ich muss leider die ganzen Welten wieder machen. Ich werde nichts rausschneiden. Erstmal nicht. Nur wenn es unerträglich wird irgendwann. Was ja hoffentlich nicht passieren wird. Mal gucken, ob ich mich noch erinnere an alles. Ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt eine neue Aufnahme gestartet. Das heißt, die letzte liegt schon ein, zwei Tage zurück. Dadurch habe ich natürlich ein bisschen wieder vergessen, aber ich glaube, das kriege ich noch hin. Okay, er kann nicht so hochspringen, es ist schade. Aber es sollte reichen für den hier. Gut. Hoch in die Wolken. Zu den Engeln mit ihren Mistgabeln. Habe ich Angst. Ähm, ich glaube, es sollte D loswerden und... Ah, schnell. Oh, mein Herz. Wenn ich da runtergestürzt wäre, dann wäre auch so... Ist mir nur noch Pilsmus übrig geblieben. Irgendwie gegen das hier einfach durchrennen, oder? Ja. Und hier gab es den guten alten Pils, der mir ein drittes Herz schenkt. Ja, das... Sowas vergisst man nicht so schnell. Dann schon eher diese mischefolgenden Masken. Aber die kann man auch ein Stück vergessen. Zu viele Traumas. So, wie habe ich das gemacht? Ich habe... Erstmal gewartet, bis der weg ist. Genau, ich habe mich hochgecheatet. Kommt der nicht da hoch, oder was? Und sprung. Dankeschön. Ach, dieses blöde Teil. Mal gucken, ob ich es diesmal treffe. Nein, ich treffe es nie. Ich bin einfach zu dumm dazu. Ja gut, ich mache es wie immer. Einfach durchrennen. Dafür habe ich ja das dritte Herz hinbekommen. Jetzt mal wieder Birdie. Weil er ja so selten auftaucht. Oh, er schießt die dann nicht schön. Und dann so schnell. Oh, das war scheißknapp wieder. Bein, da wäre ich runtergefallen. Och, Mann. Er wird immer schneller. Irgendwann schießt er so schnell. Da durchbricht er die Schallmauer. Und mich gleich mit. Schön. Wenn wir uns gegenseitig treffen, sind sie alle zufrieden. Okay. Das war ein bisschen peinlich gerade. Aber ich muss wieder reinkommen. Ich bin gleich wieder drin. Aber ich glaube, für so einen Endgegner ist Mario dann doch ein bisschen im Vorteil. Für diese Level dann, wo man schnell sein muss und alles, ist dann Thor natürlich der Beste. Ich bin froh, dass ich dieses dritte Herz nicht jetzt behalte, obwohl ich kaputt gegangen bin. Ups und... Och, blöd! So. Ey, ich bin echt nicht mehr ganz sauber. Also nicht mehr in der Materie drin. Ich sag dazu nichts jetzt. Ich werde es jetzt schaffen. Das Blöde ist ja, als ich habe das schon geschafft, aber man muss halt wieder von ganz vorne anfangen, von der Welt. Ja, man hat einfach kaputt gegangen ist irgendwann. Jetzt warte ich einmal kurz und dann. Immer schon sachte, dann klappt das auch. Normalerweise tue ich ja nicht gern Frauen eine reinhauen. Er hat ja eine Schleife, also das ist wohl in der Sie. Obwohl ich immer er sage. Weil Birdie klingt halt eigentlich männlich. Ja, das war wieder blöd, aber egal. Hat ja gereicht. Wahrscheinlich kommen wir jetzt ohne Pilz in den Schuh, oder? Doch. Yes. Oh nein. Schade. Thorat, heute bin ich drei Leben noch. Das geht ja gut. Das geht gut. Ich sehe es schon kommen. Ich werde gleich wieder von vorne anfangen müssen. Ähm, gab es hier nicht noch? Ne, schade. Ich muss einfach irgendwie mal zielen lernen mit diesen Teilen. Ich hoffe wieder, ich habe immer denselben Fehler. Die sind halt so unberechenbar mit ihren Ausspucken. Mit ihren Feuer ausspucken. Ach ja, natürlich. Da hinten gab es so einen Trank noch. Das war ja der Grund, warum man hier immer so weit geht. Haha, ich... So weit nach rechts geht. Hätte ich den mal zuerst, aber dann hätte ich so ein paar Münzen bekommen. Aber Hauptsache den Pilz. Solange ist das jetzt auch nicht mehr. Wenn ich da bin, wo ich aufgehört habe, zu existieren. Natürlich, es war vielleicht nicht so klug, gleich die ganz vorne zu nehmen. Aber ich glaube, das sollte ich noch hinkriegen. So, schnell, 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 schnell. Schade, dass ich einfach von der Bombe die Leiter runterspringe. Scheiße, das war nicht gut. Aber ich glaube, das war wohl ein Fehler. Warten wir es mal ab. Denn eine brauche ich von hier oben, ne? Okay, jetzt habe ich aber ganz schön verkackt. Ich hoffe, wenn ich die Tür rausgehe... Ja gut, vergessen wir das. Hoffentlich sind jetzt diese Rumpen wieder da, sonst muss ich mich selbst vernichten. Ja gut, komm, komm, komm. Jetzt nehme ich erst die ganz hinten. Damit es auch zeitlich klappt. Scheiße, scheiße, scheiße. Sagt nichts. Ich bin heute echt nicht so ganz drin. Ja, nachts spiele ich mir besser. Jetzt ist gerade morgens. Kurz nach dem Aufwachen. Hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Ja komm, einmal nur klettern. Auf, Tor. Und schmeiß. Jetzt sieht das gut aus. Jetzt werde ich das. Es war wieder zu weit weg, oder? Ja. Cool. Ich versauge mir gerade alles. Scheiße, Mann. Egal. Es wird diesmal ein langes Video, denke ich mal. Weil ich ja irgendwie einen Fortschritt zeigen will. Und nicht nur dasselbe, was ich schon gemacht habe. Also immerhin ein kleiner Bonus für die Zuschauer. Damit das nicht zu langweilig wird. Das Gute ist ja immer noch, man kann vorspulen. Das sage ich immer wieder gern. Weil es mich eventuell selbst langweilen würde, mir dazu zu schauen, wie ich... Ach, scheiße, scheiße. Wenn ich immer wieder dasselbe mache. Das ist blöd, dass ich so dumm bin. So. Jetzt müsste es doch eigentlich noch reichen, wenn ich jetzt noch gescheit werfe. So, jetzt nur noch gescheit werfen. Jetzt muss es klappen. Sag ich doch. Dankeschön, was denn, Act? Echt nicht schön. Wow, zwei auf eins. Eigentlich ist es über drei. Und hoch. Jetzt bin ich schon... Nächsten. Jetzt bin ich wieder oben. Ja, genau. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt habe ich... Nein! Ich bin da rausgeglitscht. Verarsch mich. Ich glitsche einfach aus dem Level raus. Was denn Scheiße ist das denn wieder? Zum Glück starte ich direkt hier. So, ganz gerade runter, bitte. Wie bin ich da bitte schon rausgeglitscht? Das Spiel will mich verarschen. Ach, gut. Ja, das kennen wir schon. Das macht aber nichts, weil ich schon noch ein Leben habe und dann gleich eh alles nochmal machen darf. Scheiße, Mann. Das ist echt ein bisschen traurig gerade. Ja. Das war Absicht. Ja, ich muss nicht speichern. Ich habe nichts gespeichert. Fangen wir gerade nochmal an. Jetzt bin ich mal so drin. Nehmen wir das jetzige als Aufwärmphase. Das bisherige. Und jetzt geht's los. Ich habe gerade aufgenommen, angefangen aufzunehmen. So. Eigentlich läuft's hier ganz gut. Ja, das war jetzt schwarzer Humor. Auf jeden Fall geht's immer höher und... Eigentlich ist Höhe ja gut. Ich strebe nach Höherem. Nicht nur nach... ...mageren Münzen und Pilzen. Huchte. Ich möchte Birdie-Kotelett. Heute noch. So. Und jetzt. Ach, ich liebe diese Tür. Hier bloß nicht in den Abgrund fallen. Ich habe keine Ahnung, was dann geschieht. Dann bin ich in einer anderen Dimension gefangen oder sowas. Wahrscheinlich nicht, aber... Ja, das war jetzt unfair. Das war direkt die Pflanze. Ähm, ich werde gleich Tord wechseln. Ich werde Peach nehmen. Ich glaube, die ist da ein bisschen... ...bewegungsfreudiger. Brauche ich eigentlich nicht mehr. Und dann gibt's da noch einen. Das wäre auch zu schön gewesen. Hier bin ich auch noch nie gestorben. Aber wegen dieser blöden Wurzel. So. Ach, okay. Vielleicht kann ich ja jetzt... ...ganz normal schieten. Oh, das geht sogar tatsächlich. Geil. Hätte man mir auch früher sagen können. Okay. 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 Wer ist das? Oh, Birdie. Hallo. So. Mit hier habe ich gar nicht gerechnet. So. Okay. Boah, seht ihr, wie gut ich geworden bin? Ich brauche immer ein bisschen Einspielungszeit. Und dann bin ich voll der Pro. Wofür diese Pilze da gibt, weiß ich auch nicht. Brauchen wir noch gar nicht. Vielleicht kann man da auch wieder rüber springen, über den Ausgang und dann irgendwie ganz viel Levy überspringen. So, Peach. Sie hat ihre Chance verdient. So. Denn die ist nämlich doch viel angenehmer eigentlich. Ah. Das war unfair. So, egal. Ach. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Hier sterbe ich doch immer. Ja, sage ich doch. Kann man nichts machen. Schade. Es ist schon wieder so knapp mit dem Leben. Ich glaube es nicht. Ja gut, ich sage euch schon mal, wenn ich jetzt sterbe, werde ich es nicht nochmal aufnehmen. Also, wenn ich Game Over gehe. Hilfe. Denn das wäre dann zu viel des Guten. Ja, ja, warum bin ich so blöd? Ich habe doch hier was zum Werfen. So. Perfekt. Warum nicht immer so? Scheiße, den habe ich ganz vergessen. Ach, weg hier. Ich bin schneller als die Kugel. So. Einmal den... Nein. Kein Kommentar, bitte. Scheiße. Ich habe es mir wieder eigentlich versaut. Alles. Ne, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Das will ich jetzt nicht wahrhaben. Ich bin jetzt so sauer. Jetzt werde ich mich richtig anstrengen. Je sauerer ich bin, desto besser werde ich. Sollte man zumindest meinen, aber wir werden ja sehen. Also langsam. Solange ich nicht blind vor Wut werde, sollte es meine Skills steigern. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt bemühen. Ich will wieder schnell, lass die Kugeln. Hihi. So. Ey. Ich glaube es einfach nicht. Aber jetzt keinen Fehler machen. Ich drücke auf keine Richtungstaste, springe und weg. Perfekt. Jetzt läuft es doch. Perfekt. Nein. Ich wollte ihn noch haben. Schade. Der cheatet sich dann immer rein ins Bild, obwohl er gar nicht da war, der rechts. So, runter. Und jetzt ganz gerade runter, bitte. Dankeschön. Das ist doch gar nicht so schwer. Ich wüsste echt gerne irgendeinen Cheat, wie ich da ein bisschen was überspringen kann. Den muss ich ja irgendwie finden. Den will ich nicht vorgesagt bekommen. Aber es gibt hier bestimmt welche und Mario spielt ihn eigentlich immer. Boah, war das knapp. So. Seht ihr, wie gut es geworden ist? Eigentlich läuft doch alles. Das ist klasse. Und durchrennen. Okay, vielleicht nicht durchrennen. Boah, habe ich ein Schwein. Oder habe ich einen Vogel? So, jetzt sind wir wieder hier. Am besten glaube ich jetzt. Und jetzt bitte schön gerade runter. Mit Peach läuft das irgendwie alles souveräner. Ich hätte ja auch einen Ruf zu verteidigen. Frau Adel. Ei, 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 ei. Ey, die sind voll gefallen, diese Leute. Da kriegst du richtig Angst. Die bomben sowieso. Geil. Boah, habe ich eben gestanden. Moment, geht das ab? Ne, das geht nicht, aber... Voll, äh, Klitsch. Hier spiel ich total verbuggt. Geht's hier... Ach, natürlich geht's hier oben weiter, aber hier gibt's noch was. Ich will's ablegen, weil ich... Äh, Moment. Hier war die Bombe. Nein, nein. Okay, vergessen wir's. Vergessen wir's. Ich bin nicht gut heute, aber ich werd' noch. Ich bin zuversichtlich. Buddy. Ich hab' dich so vermisst. Huh. Und spring. Kein Problem. Das könnte das für ein Pokémon sein. An irgendeins erinnert es mich. Was für ein Pokémon bist du? Muss ich überlegen. Weil er jetzt zu rot ist, erinnert mich an irgendein Feuer-Pokémon. Aber eigentlich könnte er doch auch an anderes sein. Oh, mir fällt's grad nicht ein. Nein, leider nicht. Ich kenn' auch nur die ersten zwei Versionen. Also Rot, Gelb, Blau und... Yeah. Silber, Gold und Kristall. Was danach kommt magisch eh nicht mehr. Schade. Ähm, ich bleib mal verpflicht. Alle macht den Frauen. Oh, wie weit ist es jetzt noch? Hier war ich auch schon, genau. Ich hab' wieder nur zwei Herzchen. Ist das nett. Natürlich erwisch' ich den Punk als letztes. Da haben sich ja keine Münzen mehr bekommen für ein Bonus-Spiel. Kein Problem. Brauche ich gar nicht. Okay. Ah, jetzt bin ich hier. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Als erstes muss ich nämlich hier hoch. Wenn ich das eben mal mal schaffe. Wahrscheinlich heute nicht mehr. Doch. Oh. Ja, toll. Pro-Like. Ja, ähm, ich lebe noch. Ich weiß auch nicht warum. Aber so ist das halt als Peach. Frauen lässt man halt öfters mal was durchgehen. Okay, ich glaube ich mach's irgendwie so. Mal wieder. Ich will noch nicht sterben, bitte. Ich würde ungeil mit Sex jetzt arbeiten. Aber irgendwie hier an dieser Stelle würde es mir doch sehr gefallen. Aber mache ich noch nicht. Noch nicht. Nicht so lange ich noch aufnehme. So. War das nicht genial? Jetzt muss ich nur noch hier rauskommen. So. Und. Oh, ist doch knapp. Mann, das wird eng. Das wird eng. Ja, das ist unfair. Der fliegt so schräg und dann habe ich keine Chance. Und dann fliegt er zurück und dann macht er seinen super Move. Und ich habe gar keine Chance mehr. Zieht er seine Sonnenbrille auf. Guckt mich böse an. Dann kriege ich total Angst. Und dann kommt noch so ein Scheiger. Noch ein Herzchen. Das sieht nicht gut aus. Aber ich habe es gleich geschafft. Seht euch an, wie unfair der ist. Der ist richtig unfair. Aber ich habe es geschafft. Okay, ich habe nicht mehr viel Leben. Ich weiß, zwei oder drei vielleicht. Habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Ich habe noch drei. Cool, dass man das sehen kann. Bin ich nicht gewohnt von alten Spielen. Hilf. Nah. Ich wollte eigentlich an der Kante stehen bleiben. Aber sie rutscht und dann ist es aus. Ich bleibe aber bei Peach. Ich mag die irgendwie. Doch mehr ist Hort. Die hat mich irgendwie mehr verwirrt in der letzten Runde. So, jetzt warte ich einfach noch ein Stückchen. Und jetzt. Ja, und jetzt kann ich auch kaputt gehen. So, ich habe auch noch zwei Herzchen. Sollte kein Problem sein. Ich meine eins. Wegen so blöden putzenfiechern gehe ich hier kaputt. Glaubt es kaum. Wann springe ich? Am besten, wenn keiner da ist. Jetzt. Hihihihi. Und... Boah, scheiße. Aber dieses Fliegen ist schon sehr vorteilhaft. Muss man sagen, hat man ein bisschen mehr Sicherheit. Ich glaube, jetzt muss ich noch höher, weil ich da in der Tür noch nicht weiterkam. Oder andersrum. Ja, ich glaube, so rum war das. Hier muss ich weiter. Ich bin leider nicht sicher. Deswegen muss ich einfach mal nachgucken. Das hier scheint mir nicht ganz so langwierig zu sein als dem anderen Raum. Kann mich natürlich auch irren. Ich habe natürlich wieder alles vergessen. Nur nicht runterfallen, bitte. Ich drücke ganz gerade nach oben. Okay, das war doch die andere Richtung. Wunderbar. Wunderbar. Ja, 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 ja. Wow, habe ich Glück gehabt. Darum ist Peach so genial. Darum werde ich jetzt erstmal zurückgehen. Und jetzt weiter. Okay. Okay, das läuft gut. Das läuft gut. Oh nein, die Stelle, die mag ich nicht. Ich wäre schon beinahe gestorben. Wow, wow, wow. Wo ist das? Scheiße. Aber ich glaube, hier oben war ich sicher. Solange ich euch runterfalle. Ne, das bin ich gar nicht sicher, wenn ihr das seht. Aber wenn ich ganz nach oben klettern würde, dann wäre ich sicher. Schade, schade, schade. Noch zwei Leben. Nein, nur noch ein Leben. Scheiße. Ja, wie gesagt, es ist das letzte Mal, dass ich das jetzt zeige. Bis hierhin werde ich dann spielen ohne aufnehmen. So leid es mir tut. Aber das ist ja irgendwie lächerlich bald. Das kann doch keiner angucken, sowas. Ja, 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 ja. Alles Absicht. Ein strategischer Rückzug, damit die Pflanzen verwirrt werden. Seht ihr, wo ich stehe? Seht ihr das? Und jetzt bin ich in Sicherheit. Ja, so weit war ich schon. Eigentlich sollte nichts mehr schief gehen mit drei Herzchen. Aber ein Abgrund genügt, wir wissen es. Wann war jetzt nochmal der beste Zeitpunkt zum intervenieren? Am besten jetzt nicht. Ja, hier brauche ich dann halt großen Schwung, den ich mir jetzt hole. Die sieht so bescheuert aus, als dass sie sie stirbt. Oh, doch. Vielleicht bringen wir ja diese Kirschen irgendwas, irgendwelche geilen Punkte und wo bin ich gelandet? Da wollte ich gar nicht hin. Ich will eigentlich nur hier hoch, aber da komme ich nur mit einem Supersprung hoch. Sie hat so Vorteile, wie sie fliegen kann. Sie hat mir schon Dixie bei Donkey Kong schon wieder. Ich werde es noch schaffen. Jetzt nämlich. So, perfekt. Geil. Vielleicht hätte ich es mir aufheben sollen. Für jetzt? Oder... Nee, ich kann es ja nicht mitnehmen. Ich kann nicht so hoch springen mit dem Teil. Aber hier wäre es auch sehr nützlich gewesen. Theoretisch. Jetzt werden sie schon schneller. Soll ich jetzt etwa Angst haben? Ich glaube schon. Ich warte auf den Stern. Kommt der noch? Oder ist der jetzt rausges... Nee, zum Glück. Ah, schön. Wenn er ein bisschen länger halten würde. Aber leider hält er nur zehn Sekunden oder so. Wo bin ich jetzt? Hier war ich noch nie, oder? Ich bin weitergekommen. Ich muss diese Welt noch schaffen, bitte. Dann habe ich einen Fortschritt geschafft. Das ist genial. Pro-Like. Sehr schön. Jetzt aber. So weit war ich noch nie. Ihr wisst es. Äh, Moment. Vielleicht gibt es hier irgendwie was zum Cheaten oben drüber. Okay. Ich gehe niemals den Upgrade jetzt runter. Das ist ja nur ein Betrug. Also die wollen sich verarschen hier. Habe ich jetzt die Welt geschafft, bitte? Nee, der Boss muss noch. Oh nein, der Boss noch. Ich habe nur noch ein Leben. Scheiße, und der auch noch. Ey, nee, Leute. Ich brauche einen Sixthate. Ich traue mich aber nicht, das einzumachen. Nee, ich mache keinen. Vergesse das mal. Ich will es ohne schaffen. Ey, Moment. Wie soll ich den denn... Wie soll das da hochgehen? So kann ich gar nicht schmeißen. Jetzt muss ich überlegen. Gibt es hier irgendwo Pilze, die mir helfen? Muss ich erst mal umgucken? Nee, hier gibt es keine. Also muss ich einen Supersprung machen oder was? Oder von hier hinten springen, genau. Das wird es sein. Das ist ja scheißgemein. Ja, geil. Ich habe das eine... Ich habe das Teil vernichtet. Ja, 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 ja. Ja, einmal. Boah, Mann, ist das ein scheiß Gegner. Komm, bleib der da, bleib der, bleib der. Dankeschön, noch einmal. Also es ist mehr Glück als der Stand. Eindeutig. Hey, der lebt noch. Der braucht mehr als drei Treffer. Was ist das für ein Überpro? Also der hält echt aus. Das ist der härteste. Viermal? Ey, das ist jetzt lächerlich langsam. Oder braucht er irgendwas anderes als Pumpen? Weg damit. Ich habe noch drei Herzchen, seht ihr das? Ich bin gar nicht mal so schlecht. Oh, das war blöd. Jo, fünf Treffer. Mach mich fertig. Konnte glatt der letzte Endgegner sein. Hoffentlich aber nicht. Ich will das Spiel weiterspielen. Macht Spaß. Ein Leben noch. Habe ich es geschafft? Habe ich die Welt geschafft, bitte? Vier eins. Ich habe es geschafft. Okay, dann mache ich hier Schluss. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.